Ja, du bist Wegweiser, Jogufauspieler, den Kirchner suche ich. Der Kirchner ist dumm in meinem Handarbeitviertel, ich sehe ihn auch schon auf der Karte. Das heißt, ich werde da gleich Ruhe wandern. Das heißt, ich werde da gleich Ruhe wandern. So, in der Altstadt gibt es den Kirchnerlehrer. Da ist der da, müsste es sein. So. Braucht ihr Hilfe? Kirschnerei benötigt 50. Mögen eure Reisen sicher sein. Der Liederfahrer, bitte. Okay, da gibt ihm auch noch nichts raus. Vorsicht dich. Schönen guten Tag. Schönen Tag auch. Ich habe da noch irgendwo die Hose. Zimrüstung. Zimrüstung mit einem Wegenkraft, die ist im Flugdessen. Der alte. Na gut. War nichts, würde ich sagen. Weg umsonst gemacht. Also verlassen wir die Altstadt wieder. Und reisen Richtung Rotkamm, die Bürger, Rötter. Liedernator. Wofür? Wofür? Liedernator. Ja. Hörstlager. Liedernator. Das ist ja schon. Bigger Tam. Wofür? was kann ich für euch tun zwar ist es in der nähe der heute seid vorsichtig so also reisen wir mit unseren greifen reisen wir weiter denn wir haben auch dort noch quest zu erledigen nicht weg musik 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 jetzt bald landen so und richtung straße weiter straße richtung rotkammgebirge weit drei sind ja ich habe auch vor mir das neue add-on zu kaufen ich habe auch vor mir das neue add-on zu kaufen ich weiß zwar jetzt noch nicht ordentlich wann es rauskommt habe ich aber auch schon auf dem richter also besorgt wird sich auf jeden fall wir werden hier ein bisschen rum neue aufträge annehmen hier was auf jeden fall wieder auf jeden fall wieder mal etwas zum kochen zusammensuchen und ehre dem könig freund ähm schnappen wir uns in der Tiefe das licht segne euch schnappen wir uns ein paar neue Stiefeln so freuen wir uns über neue Stiefeln hatten schon lange keine mehr und sprung das ist der Mario so hier sind definitiv viel zu viele leute wieder unterwegs aber wir können kirschlern wir können kirschlern viel besser als die Schildquote viel besser als die Schildquote dann so hat es kurz mal eine Karte gesehen der gerade hier ist nicht lästig ist ich habe kein Ziel ich muss zuerst etwas anvisieren So, es hat zwar jetzt kurz mein Wolf das Zeitliche gesegnet, aber er haben zumindest ein bisschen was. Hier füttern, hier wiederbeleben so. So, man muss sein Tier also als Jäger wiederbeleben, naja. Wieder was dazu gelernt. Ja, mein Kart ist lästig. Aber wir werden das noch weiters fertig spielen und dann wird er sein Willen geringen. So. So, wir haben... So. 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 Ich nehme alles mit, was man irgendwie bei Gelegenheit. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen, ich kann das nicht angreifen. So, wir haben hier neu getötet. So, wieder ein Foggy mir. So. 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 I will die Quests. hier abschießen damit wir quasi guten gewissens guten gewissen sagen können wir haben es zumindest ich bin außer reichweite ich muss zuerst etwas anvisieren so die vier die haben die fälle die die habe ich jetzt ich muss nur die tarantula augen zusammen sammeln und die kotonarinen also die vögel ab 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 Oh, ein wilder Fuchs. Hier fehlen auf jeden Fall noch zwei Spinnen und ein Fuggi. Fuggi fliegt da. So, Fuggi erledigt. Und da hinten sind noch ein paar Spiders. Ups, da ist ein kleiner Fuchs, den wollte ich jetzt nicht treffen. Aber der wird sicherlich gut gehäutert. Ich brauche ein Ziel. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, einmal Fuchs häuten. Mein Tierchen wieder beleben. Und noch einmal Spinne. Dann haben wir es. Ich habe kein Ziel. So, wir können jetzt endliche Quests abgeben aus der Region. Was mich natürlich sehr, sehr freut. Schönen guten Tag. Auf dann. Und natürlich haben wir... Ah, jetzt können wir Talente freigeben. Jetzt können wir Talente vergeben. Das ist super. So, jetzt haben wir... Wir haben uns ja auf die Tierfreundschaft. Und jetzt schauen wir mal, was wir auf B-15 noch machen können. Passiv-Rückzug befreit euch zusätzlich einen alten Begegängsschränken-Effekt von... Wupp. Nein, das will ich nicht. Und mein Haar-Rückzug aktiver. Gleichzeitig eine Netzfalle, eine Ziele innerhalb der Unfähigkeit gemacht. Klingt gut. Verringert die Abklingzeit für Rückzug um 10 Sekunden. So, lernen. Wir sind an Held Stufe 15. Rüsten. Das haben wir natürlich jetzt voll. Und hier gehen wir noch die Beine an. Auch die Hilfe. Ähm... Drei Rüstung. Ziehe den Ehrenfreund. Grüße. Ja, wir werden weiterreisen. Das Licht segne euch. Im nächsten... Also... Ein bisschen ausloggen hier. So. Noch kurz warten, bis er komplett ausgelockt ist hier. Also, was wir erledigt haben in diesem Paar, in dieser Aufnahme. Wir sind Stufe 15 geworden. Freude, Freude. Also, wir dürfen weitermachen. Wir haben einen neuen Tiergefährten an unserer Seite, unseren neuen Wolf. Was mich natürlich auch freut. Danach sind wir über Westphal ins Rotkammgebirge. Das ist natürlich auch eine richtige... Ähm... Große Sache. Und ja, ich freue mich zumindest auf die nächste Großaufnahme mit euch. Bis dahin verbleibe ich jetzt mal. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Großaufnahme wieder. Auf der Nummer 5. Dann auch. Hurra. Also, bis dann. Hallo, meine lieben Freunde. Das war's von meiner From Zero to Hero Challenge. Ich hoffe es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Und ja, Linkst mal in meinen Let's Plays auch zu den abgeschlossenen unten in der Videobeschreibung. Der Link zum lieben Lump mit dem ich der Elder Scrolls Online Let's Play ist auch unten. Auch da wird es wieder neue Folgen geben. Keine Sorgen habe ich nicht vergessen. Ein Abo und ein Daumen rauf würde mich sehr freuen. Und damit verbleibe ich als euer Gaming Dragon mit einem heißen Fallio für diesen Part.